Für geliebte Teilhabe auf Augenhöhe ist Tobias Wolf. Der Mann mit dem Rekorder ist kein Hip-Hopper. Er verkauft auch keine Elektronik, aber dennoch hat der Player etwas mit seinem Beruf zu tun. Er ist Arbeitsutensil und deshalb sieht man Tobias Wolf genau so frühmorgens an der Ampel stehen. Go Ready, you learn English? 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018